Ja, sehr schick, Dice! Oh nein, 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 du siehst aus wie ein Fisch! Sei bloß kein Fisch! Kiep! So ist's recht, zeig mir Kraft! Zeig mir die Macht deines Arms! Ja, du bist ein Naturtalent! Sei ein magisches Rentier! Ja, gut! Na komm jetzt, Dice, gib mir mehr! 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 Ja, das ist wunderschön! Ich liebe es! Ja! Okay, alle Mann, das war's jetzt für heute. Wir sehen uns dann morgen früh um Punkt 9 Uhr. Wow, das war cool. Das ist shooting. Wow, Dice! Gute Arbeit! Ist völlig schnuppe, ich gewinn eh nicht. Ich meine, guck dir Jungs an, für den gibt's nur Jits Sender. Ich hauf's echt nicht. Warum macht alle bald ein derartiges Gewese um einen Typen mit einer Perücke? Perücke? Was meinst du mit Perücke? Der trägt eine Perücke! Du denkst... Du denkst, Jits ist verrückt? Der ist total verrückt! Sicher, dass das eine Perücke ist? Ja, ich hab'n fantastischen Perückenradar. Hier, bitteschön. Was? Wenn das eine Perücke ist, widerspricht das echt allem, was das Haar-Modeling ausmacht. Es ist grauenhaft. Wow! Wow, Kett, 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 Kett! Wenn wir beide beweisen, dass Jett eine Perücke aufhat, wird ja disqualifiziert und ich komm' aufs Cover des Magazins. Okay, zwei Dinge. Was? Du scheinst das Ganze etwas zu ernst zu nehmen. Okay. Und dein Gesicht ist wirklich sehr nah an meinem Gesicht. Ich zieh mich zurück.